Hallo zusammen bei Let's Play for Gildreams mit Akdenauer 1,7 und Knunden Da ist er! Komm! Stirb! Ich hab keine Lust auf Knunde Hunde Stirb! Du reißt dich nicht an! Nicht so Lässt sich nicht bewegen, ok? Haben wir noch ne Tür irgendwo? Die in der wir gerade eben ausgekommen sind hier Hm, schwierig, schwierig Wo ist noch? Nicht zu, 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 zu Wo ist noch nicht zu, 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 zu Was sehen wir den Katzen, um zu Katzen zu gucken? Quallen, war klar Immer diese Quallen Aber gut, wir müssen E-Levels Habe ich ja schon am Anfang gesagt In anderen Levels War hier mit meiner Aufwähl, weil ich E-Level 6, 7 oder 8, glaube ich schon Inzwischen bin ich da schon Level 10 Und hab ne halbe Stunde und ne Stunde weiter gespielt Auf jeden Fall habe ich da viel, viel mehr Monster verklopft Soll Geister und Demo, Monster kannst du das nicht nennen Aber Ich sag mal so Wir werden sehen, das können Ne, es war aber sehr wichtig, dass wir noch ein paar Lable abzügen Weil wir nach und nach dadurch mehr Energie bekommen Yeah, Level 5 Und dadurch einfach länger überleben bei mehr Gegnern Und Halbombe uns finden Und wir später halt Nicht mehr so gut sterben Nicht mehr so gut sterben Nicht mehr so gut sterben Ich möchte wirklich nicht sterben Ich hoffe, ich bin noch nicht schon Das ist eine Katze Keine Qualle mehr Dann Katzenspielzeug, Barmischwert, Heilbombombe, Lager Katzenspielzeug, da ist es Nehmen wir es mal Katzenspielzeug wurde angelegt Okay, da ist ein Katzenspielzeug Kann ich das irgendwie selbst schütteln? Kann ich da was machen? Ja, in die ich da und auf Art, okay Ja, in die ich da und auf Art, okay Ja, die Katze Okay Ja, die Katze Okay Wir haben eine Katze Wir haben eine Katze Ja, wir haben eine Katze Meine Mieze Meine Mieze Wir wollen die anderen Mieze auch noch Mieze 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 Dann nicht, du scheiß Mieze auf du Ja, da wirst du Ok, ich habe einfach die falsche Richtung Das würde ich jetzt noch probieren Komm, Mieze kommst du dass er mal umziehen morgen auch die Mieter dann nicht dann wechseln wir das mal auf und so und so Bambusschwert ein sehr starkes Bambusschwert Bambusschwert auch du ne ich denke damit können wir mehr ausrichten ist unser Katzi noch da Katze und Mieter Mieter wir haben ne Mieter so gehen wir mal weiter ich glaub hier kamen wir raus oder ich glaub die Tür ging nicht auf richtig die ging nicht auf wir schlagen zu da genau da ist dieser Teddybär also gucken wir weiter ok eine Karre ich weiß ich wusste mal wie die Teile aus ich weiß das gerade nicht was ist das eine Wand denn diese Tür Türen sind gut gucken wir was sich hinter dieser Tür befindet look at these huge doodles on the floor I wonder if that girl's behind them that girl do you mean the silver-haired girl yeah she had the most beautiful voice I can't evaluate her singing but her drawing skills are substandard hey that's not a nice thing to say but it could be more enjoyable speaking with me than with that girl huh what did you say nothing at all yeah yeah unser PC ist ehh eifersüchtig finde ich gut es ging auf wir haben den Schlüssel benutzt ok Speicherstelle ist sehr schön und warte was zum ähm es ist schwarze in hier ich hoffe wir werden alles gut wir werden alles gut nach allem ich bin mit dir ja ihr reit äh präsentiert ja wir sind zusammen ja entschuldigt dass ich ab und zu was wegzugehen die wen manche zu langsam das blick ich dann ab und an selbst mal möglich ok zack hab meine BFW gesponnen drum mich ein Stück zurück nochmal und wir speichern mal wieder wie so oft speichern äh ne 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 nicht meine Vorspieler die wir speichern hör den Let's Play Speicher hallo Let's Play Speicher gucken wir mal was uns hier ist erwartet nicht definierbare Wege ist das klingt nach ner Kiste es war ne Kiste was bin meine Scheiß wie FB oh Leute ok haben wir ok dies kaputt vielleicht finden wir auch in irgendeine Kiste das wäre cool hier ist ein Zahnbaum sehr sehr das ist ein Zahnbaum der ist geschmückt ok es ist ein Zahnbaum oh Gott die Kürzen muss würde durch nur durch nur durch es ist hier entgangen ok die Tür da ist glaube ich der Baumwander vor genau das Baumtür erinnere ich mich nein nein grapsthände auch du stirb keine Hand darfst mich angapschen ihr dürft mich grapschen nein 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 weg eure Dürfe weg bumm ha diese Hände die gefallen mir mal gar nicht mal so überhaupt nicht kaputt als hier ist anscheinend geht es mit als hier geht es mit den Kisten weiter und Zeichnungen und Zeichnungen sind sie supposed to be Kröse? sie sehen unnatürlich für mich du denkst so? ich denke sie sind lustig nein sie sind sie sind hehehe was was ist so das es es ich sehe in es ist es es war jemand nicht lange diese marken sind sie nicht hier ja Kola ja das heißt wir wollen die Tür benutzen wenn da schon Zeichnungen sind ok dann wieder hinter uns die Tür ok also vorwärts ich höre wieder was ich hoffe ihr hört das auch durch die MyDFB ok und bulldogge geister bulldogge nicht gut keine geister bulldogge keine geister bulldogge keine geister bulldogge bitte nicht geister bulldogge für mich wieder raus aus ok wir sind jetzt wieder ein gebiet weiter in der nächsten einkaufspassage ach ich hoffe ich werde nicht sick wie immer wir speichern äh hier rauf inzwischenstufe 6 was ich sehr gut finde wir machen nochmal kurz Handbuch den brauchen wir nicht mehr ähm den glaube ich auch nicht mehr das Katzenspielzeug auch nicht mehr das können wir lagern und noch ein Heilbonbon weg weil wir haben ja noch unser Fertiggericht auch immer finde ich gut dass wir keine Highlight-Tips verbrauchen habe ich mehr ok ich muss sagen ich speichere jetzt an der Stelle nochmal ja und mittels einkaufspass ja das ist es ok dann würde ich sagen das war dieser Part von ich bin euer akne997 wir sehen uns beim nächsten Mal tschüss